Der Leitzins in den USA bleibt zunächst unverändert. Dies gab Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch bekannt. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge pausiert die Fed und belässt den Leitzins in der Spanne von 5 bis 5,25 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter aber, dass sie noch bis zu zwei Anhebungen um jeweils ein Viertelprozentpunkt für dieses Jahr ins Auge fassen. Powell betonte, angesichts der bereits seit März 2022 laufenden Zinsserie, habe man es für klug gehalten, nun zunächst Tempo herauszunehmen. Doch noch immer sei der Inflationsdruck hoch, so dass weitere Schritte nötig werden könnten. Powell wollte sich nicht vorab festlegen, ob dies schon im Juli der Fall sein könne. Trotz der in den USA zuletzt auf vier Prozent gesunkenen Inflationsrate könnte die Fed noch Handlungsbedarf sehen und ihren geldpolitischen Gewaltmarsch fortsetzen. Die Währungshüter peilen eine Teuerungsrate von zwei Prozent an und sind noch längst nicht am Ziel, wie Powell anmerkte. Es sei noch ein langer Weg dorthin.